Ich fühle mich großartig nach dem Wettkampf. Es war ein toller Wettkampf und Gold. Was will man mehr? Ja, also bis auf die ersten ein, zwei Serien waren noch ein bisschen holprig, aber danach lief es wirklich sehr gut und ich konnte meine Position relativ schnell behaupten und konnte es bis zum Schluss halten. Ich habe mir eigentlich nicht so den Druck gemacht wegen Quotenplatz, weil ich wollte ja natürlich aufs Podium und dann kommt der Quotenplatz mehr oder weniger von allein. Klar ist es jetzt ein bisschen leichter für mich gewesen, weil der Druck ist halt eben nicht gewesen.